Herzlich willkommen zur 82. Folge Base Exploratione mit PIDX. Ich unnahe mich, warum man keinen Kopf macht, warum man keinen Kopf macht. Und? Bin ich wieder schuld? Ja. Und weißt du warum? Ja, definitiv. Weil du hast ganz still und heimlich, nehme ich meinen Abrissplaner, einfach so ausgetauscht zu einem Abrissplaner. Ach so. Ich habe auch schon den ganzen Kupameen abgerissen. Den ganzen? Das wird wohl auch erstmal schlafen. Ich glaube, ich habe einen Abrissplaner genommen. Ich glaube, bzw. ich hoffe, ich habe es jetzt soweit wieder gefixt. Oh, die Produktion fängt wieder an. Hm. Jetzt fragen sie sich alle. Ja. Da ist es erst aufgefallen, weil ich keine Grün-Sheld-Kreise bekommen habe. Schön. Wo ist denn aber auch die... Du hast doch hier irgendwo blaue Fließbänder gemacht. Ja. Obwohl die Weltraum-Fließbänder auch gebaut werden. Felix, du hast irgendwo Weltraum-Fließbänder gebaut. Ja. Wo sind denn die? Obwohl die normale Fließbänder gebaut werden. Ah, ich habe zugekommen. Hm, das reicht nicht. Welch Wunder. Wie viele Fließbänder würden denn noch fehlen? Oh. 360 Stück, das ist ein bisschen viel. Was fehlt denn da? Ich gehe jetzt einfach davon aus, es liegt dann an dem Ding. Weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Wer sich dem alles nicht vorstellen kann ey. Jetzt sehen wir mal, dass das hier auch kopfbar war. Und das. 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 Ich habe wohl doch noch ein bisschen mehr abgerissen, als ich gedacht habe. Glückwunsch. Unter Umständen. Ach, das ist ja eigentlich ein bisschen doof gelaufen, würde ich mal sagen. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Da habe ich nichts mehr zu tun. wieso zum gejagr kommt jetzt schon wieder keine schilder mehr wo gehen jetzt schon wieder hin das kann da ist noch eine kiste wer hat sie gebaut ich sonst wann das ist bestimmt eben gebaut das war 5 minuten echt jetzt nein natürlich hast du das gemacht ne war nicht vor sieben halb vor der folge ja voll super verdammt ich bin erwischt gar nicht aus gott erwischt so aus uns fühlen ... ... ... ... warum ist das eigentlich keine neuromaschine geben und wenn wir keine hier habe ich schon verstanden Boah, ich liebe es. Was war das da gerade für ein Ding? Meteoritenpunktverteidigung. Achso, ich will das wollen. Das ist ja auch witzig. Kommt hier hin, oder? Hihihi. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Adlerie mag? Irgendwann hast du es bestimmt mal erwähnt, ja. Ich habe den Ding vergessen. Oh, die Rächer kommen. Hier, Felix, da laufen sie, die Rächer. Das ist schön für die Rächer, dass sie kommen. Die Rächer wollen versuchen, jetzt meine Adlerie kaputt zu machen. Haben sie sich anders überlegt. War besser so, dass sie nicht das anders überlegt haben? Warum? Wenn es sonst gleich Krieg gibt. Gibt es ja schon. Achso. Schade. Hier, Katz. und unter uns sind jetzt nicht böse enden hoffentlich und unter uns sind Müsstet unter Umständen ein kleines bisschen schneller sein. Liebe Roboters, das wäre echt toll. Was sind denn die Roboters? Ihr müsst arbeiten. Achso, wir haben keine Zeit. Irgendwann werden andere Berufsträger eingestellt, die anscheinend wichtiger sind. Wer das denn gewesen sein könnte? 20, 21, 21. 20, 21. Vielen Dank. Schenk sie aber wirklich gerne. Dann zieh ich sie trotzdem liebend gerne. Kannst du gar nicht nachvollziehen, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich hoffe, Kupfer läuft dann jetzt gleich mal wieder so langsam, aber sicher unter Umständen. Hat mich jetzt fast die ganze Folge gekostet. Da ist dieses Fließband. Okay, aber ich glaube, das liegt nicht am Kupfer. Das liegt am Kupfer. Hm. Ach, das gibt's doch nicht. Besichtig ja schon. Diese ganzen scheiß Bohrota sind alle unterwegs. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Nee. Was ist denn der Vorteil? Es gibt keinen. Das ist kein Problem. Doch, es gibt einen Vorteil. Das heißt, dass ich Kupfer abgerissen habe. Ach nee, hat sich erledigt. War nur zu tief unten. Ja, doch, es hat einen Kupfer drin. Und einen kleinen. Na dann. Was schreibt denn hier die ganze Zeit rum? Ach so. Ach so, jetzt meckert man über das App, wo mich so auf neue Nachrichten überprüfen. Interessant. Ach so, jetzt. Mhm. Was ist jetzt wieder? Oh, ich habe das mal gesetzt. Da auch, da auch, da auch. Das haben wir. Da kann ich keine Kohle, das wir da nicht mehr mitbekommen. Was ist das Problem hier? Ah, das liegt an den Steinen, dass wir nicht genug Rühne bekommen. Das ist noch nicht fertig. Ja, das ist die kleine Schleim. Ja, das Blöde ist, man kann sowas halt auch nicht wirklich von jetzt auf gleich sofort mal schnell fixen. Na, außer du ignorierst andere 20.830 Probleme so ungefähr. Das mache ich ja sonst auch immer. Er kann es jetzt aber schlecht, weil du keinen anderen Spieler hast, der dann die Deppenarbeit werden lässt und macht es ungefähr. Das ist wiederum richtig. Okay, ich habe einen Plan. Ich habe einen ziemlich guten Plan. Dem Plan wird Felix aber wahrscheinlich nicht gefallen. Was ist denn dein Plan? Ich zwacke mir jetzt so viele Hitzeschäle ab, dass ich eine Rakete bauen kann. Fliege ins Weltall, klaue dir deinen ganzen Lebenseilungsbehälter, fliege wieder zurück. Und du merkst das hoffentlich nicht. Und da musst du halt runterkommen und mir erstmal helfen. Wenn du schon mal roten bist, dann kannst du hier mal ganz kurz mit anfassen. Eigentlich finde ich den Plan nicht schlecht. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr ruhig, aber ja. Wenn nicht mal bin ich schon echt über mich selbst überrascht. Scheiße. Das hast du jetzt geschafft. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Was war eigentlich jetzt mein Hauptziel? Ah, Hentwickler brauchen. Ja. Fertig. Kann da wieder eine Reihe mehr gebaut werden. Das habt ihr fertig. Da habt ihr keinen Bock drauf. Kann ich verstehen. Verdammt. Wenn du das verstehen kannst. Ja, natürlich. Man muss halt auch schauen, dass man sich ab und zu mal gut steht mit seinen Arbeitskollegen. Also jetzt nicht du, aber... Wollte ich schon sagen. Ich mach mich schon beschwer. Ja. Ja. Ja, wir können ruhig ein bisschen schneller arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach echt. jetzt ist das Ding auch schon wieder... Boah, der Außenposten Eisen ist auch fast leer. Und der hier. Und der hier. Und der geht noch. Ja. 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 Das war der falsche Knopf. Ich will jetzt mal gucken, wie es jetzt mit der Umweltverschmutzung pro Stunde aussieht. Das von den Nestern ist echt gut runtergegangen. Aber trotzdem noch deutlich zu viel. Ich meine, ich habe jetzt insgesamt abgebaut mit der Aktion hier 1,7 Millionen Umweltverschmutzung. Das ist eigentlich noch gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Schön. Ja. Ja. Wir machen das nächste Bildung weiter, oder? Woraus nimmst du jetzt das Recht, die Teuge zu binden? Ich sehe, dass du was machst. Also... Ach so. Na dann. Ich bin zu. Ja. Ja. Deswegen habe ich nur gesagt. Kann ich auch. Ach nee, warte mal. Vorher mache ich noch eine Sache. Das sieht lustig aus, wenn da Sachen ankommen bei dir. Per Rakete. Na dann. War das gerade ein unauffälliger Hinweis darauf, dass eine Rakete angekommen ist? Nee, ich finde das lustig. Das sieht echt gut aus. Na dann. Hattest du doch einen Bauroboter, die deine Dinger da unten schon legen, oder eher noch nicht? Ich hätte theoretisch gesehen einen Bauroboter, die ich setzen könnte, aber ich kann auch einfach mit meinen Nanobots die Sachen setzen. Ja, aber das ist nicht lustig. Richtig. Aber es muss ja nicht immer lustig sein. Alter. Ich schicke dir ja jedes Mal eine Plattformgerüstung und du hast nur noch 3.000 rumliegen. Ich weiß, ich brauche auch aktuell keine mehr, bis ich mich entweder dazu entscheide, dann noch mit meinen eigenen Umspannwerken Strom zu verlegen oder wir diese Umspannwerke jetzt gebaut haben. Oh, ich glaube die Kiste ist echt voll. Hm. So ein bisschen läuft jetzt auch in dem Anteil daneben drin. Hast du jetzt echt hier 1er Module hochgeschickt oder sind das 2er? 2er. Ja. Immerhin. Hättest du noch ein paar mehr Speedseil geben können. Ja, hat man nicht mehr. Ich habe jetzt mal alles hochgeschickt, was wir da hatten. Sicherheitshalber erstmal. Ja. Ja. Ja, aber Folgen enden so, oder? Warum? Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Na dann. Dann halt nicht. Ja, aber ich denke mal damit, damit solltest du zumindest mal, äh, ja, deine, obwohl die arbeiten alle, ne? Ja, die arbeiten alle, aber unten kann zwischendurch das landfill-Ding zumindest, äh, noch mehr Stein haben, theoretisch gesehen. Wobei es irgendwann jetzt, äh, Schleikist ist voll, also wird das auch jetzt halt witzig. Ja, wie gesagt, da musste man dann auch mal eine Rakete runtergehen. Ja, da muss ich mal gucken, was mir da an Ressourcen fehlt. Ich glaube, ich habe bisher noch nicht mal die eine Station bekommen von dir, die du mir schicken wolltest. Was für eine Station? Ja, den Raketenstartplatz da. Doch, den habe ich hochgeschickt. Dann muss ich gleich mal, oder nachher mal suchen. Und andere tolle Sachen habe ich hochgejagt, und super tolle Sachen habe ich hochgejagt, und ich glaube, ich habe sogar 50. Ja, du hast 50 Lieferkanonen und, äh, 5, äh, Lieferkanon-Kisten, und 5 Lieferkanonen hast du hochgejagt, aber ich rede von richtig Rakete. Ja. Ja, ja. Aber das habe ich auch hochgejagt. Irgendwo. Gut. Bevor er merkt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Auf uns rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Vielen Dank.